Und los! Hallo, mein Name ist Uwe Heile vom Haifi-Studio in Falkensee, beziehungsweise vom Vertrieb Audio Offensive. Heute zeige ich Ihnen Digitalgeräte der Firma Aqua. Aqua steht für Acoustic Quality, kommt aus Italien. Sie sehen hier oben das CD-Laufwerk La Diva und etwas weiter darunter den Referenzwandler La Formula. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit dem CD-Laufwerk La Diva die Performance nochmals deutlich besser ist als mit allen anderen digitalen Quellen, also zum Beispiel mit Streamern. Machen Sie den Vergleich, machen Sie einen Termin mit uns und wir präsentieren es Ihnen gerne. Aber lassen wir einfach die Musik für sich sprechen. und wir arbeiten mit uns.